hallo youtube ich bin meister bini und ich bin endlich wieder online nach zehn jahren des kein internet habens habe ich endlich wieder internet schon ein bisschen länger aber es gab dann irgendwie nachdem endlich das internet da war noch ein paar schwierigkeiten mit dem kabel und dadurch dass der wlan router einfach drei zimmer von mir entfernt ist das wlan netz hier hinten auch echt naja dürfte ich wollen was mal vorsichtig formulieren aber jetzt geht es endlich wieder und vielleicht habt ihr auch schon gesehen der trailer ist draußen am 26 9 geht dann endlich der live stream weiter das heißt folge zwei von unserem dsa stream wird endlich on air gehen ich freue mich schon riesig drauf und ich habe schon ganz viel vorbereitet und ich hoffe es wird großartig und ich hoffe ihr seid natürlich dabei ab 19 uhr am 26 9 auf dem kanal auf dem ihr gerade seid meister beanies kanal ja schaltet ein wenn ihr lust darauf habt und gucken wollt ob es unsere helden irgendwie schaffen da dem org angriff zu entfliehen und ja deswegen auch dann der name des ganzen wenn wir es schaffen das ist der name der nun folgenden folge ja guckt euch das vielleicht auch den trailer an falls ihr noch nicht gesehen habt für den trailer muss ich mich so ein bisschen teilweise entschuldigen eigentlich sitze ich da schon ganz lange daran aber ich konnte nicht so richtig die qualität erzielen die ich haben wollte was daran liegt dass meine grafikkarte obwohl sie eigentlich ganz gut ist also ich habe eine nvidia geforce 250 also gtx 250 aber leider rendert diese grafikkarte nur mit der cpu und nicht mit der gpu gpu ist die arbeitsspeicher den die grafikkarte intern hat der da viel mehr für geeignet ist das heißt ich rendere da wirklich jahre ohne scheiß also ich habe da jetzt irgendwie für teilweise 250 frames was gerade mal zehn sekunden zeit sind also zehn sekunden animation habe ich teilweise 48 stunden gebraucht und das ganze wirklich in keiner guten qualität ich hoffe da jetzt auch bald irgendwann mir mal eine bessere grafikkarte zu holen hoffentlich gebraucht aber mal gucken ja deswegen sieht das alles noch so ein bisschen verpixelt aus wird hoffentlich demnächst besser aber reicht ja vielleicht auch schon ja das heißt ja genau der livestream wird online gehen ich freue mich riesig und in diesem video wird das aber jetzt eher erst mal um ein paar ja nicht ankündigen sondern so ein paar neuigkeiten gehen es wird vor allem und das wird wahrscheinlich die meiste zeit in anspruch nehmen ein mecker teil geben der raus muss unbedingt betrifft meinen anderen youtube kanal denn das hier meister bini ist ja nur mein zweiter kanal ich habe noch ein erstkanal und dann gehe ich gleich mal dieses thema rein dann wenn ich noch ein paar fragen beantworten aber das nur in aller kürze gehe ich mal gleich in den mecker teil rein ja wie gesagt betrifft mein erstkanal bini geschichten erzähler auf dem kanal hatte ich ein format das hieß binies lese ecke was so ein format war was ich schon immer mal machen wollte was mir unglaublich am herzen liegt und ja dementsprechend macht mich das ziemlich traurig ankündigen zu müssen das ist um die frage zu beantworten die beim nerdpol kam wann es denn weiter ginge es nie weitergehen wird es hat einen relativ einfachen grund der grund ist eine mail die mich ja ereilt hat quasi in der stand das leider alle meine videos gelöscht werden mussten aufgrund der verletzung des urheberrechtes der verlag der die deutsche ausgabe von terry pratchett's hohle köpfe was ich dort auf diesem kanal vorgelesen habe der das verlegt hat der hat also alle meine videos löschen lassen und ich muss sagen dass mich das wirklich um es mal sehr moderat zu formulieren äußerst verwirrt denn was ich dort getan habe ist mitnichten irgendeine in anführungsstrichen billig produktion sondern ich habe mir unglaubliche mühe gegeben das war also eigentlich relativ gute werbung für diesen verlag ich habe die isbn nummer runtergeschrieben ich habe den übersetzer genannt ich habe natürlich den verlag genannt ich hatte sogar ein kauf link drunter gehauen also ich habe wirklich alles menschenmögliche getan um da werbung zu machen ich habe mich ja auch nicht einfach nur hingesetzt und vorgelesen mit einem schlechten mikrofon oder was sondern ich habe das ganze buch natürlich fünfmal vorher gelesen ich habe alle charaktere rausgeschrieben ich habe dann hefte angelegt in dem ich dann die ganzen charaktere hingeschrieben reingeschrieben habe so kurz dahinter geschrieben habe wer es ist wie er vor allem ist wie dieser charakter so agiert was so die ja die charaktermerkmale eines jeden charakters sind habe dann audio samples aufgenommen für jeden einzelnen charakter so markante sätze die diese leute diese person halt sprechen weiß ich nicht dann irgendwie von allen halt ja genau einfach immer einen satz aufgenommen und habe dann das ganze buch aufgeteilt in verschiedene kapitel was vorher nicht der fall war das ist also völlig ohne kapitel habe mir die inhaltsangabe eines jeden kapitels rausgeschrieben habe einzelne parts rausgestrichen habe sachen dazu geschrieben so dass das alles irgendwie wenn ich vorlese ein bisschen verständlicher ist war also ein riesen aufwand also ich glaube ich habe drei monate gebraucht um überhaupt die erste folge ausstrahlen zu können und habe natürlich dann alles aufgenommen und das bedeutet aufnehmen das klingt so einfach aber das heißt wirklich dass ich teilweise also ich war zum beispiel jetzt bei dem zweiten kapitel da gab es so einen absatz wo ich es waren mit eine minute 40 und ich musste den 75 mal aufnehmen ja das waren also 75 minuten sogar mehr logischerweise für mehr als 75 minuten rein lesezeit weil es einfach nicht geklappt hat irgendwie so wie es haben wollte habe also war regisseur und vorleser in einem es war ein riesen aufwand eine riesen arbeit und alles einfach so gelöscht und deswegen so einem ja ich habe wirklich den eindruck einfach nur weil sie es können also nicht irgendwie werter herr bini tut uns leid aber das geht des und deswegen einfach einfach nur so gelöscht ich hatte auch jetzt einen brief geschrieben da an den verlag habe da mein mein unmut kund getan der wurde auch dreimal gegen gelesen die ersten fünf ja die ersten fünf versionen musste ich wegschmeißen weil die wirklich gespickt waren mit beleidigungen das ganze hat mich ein bisschen doller getroffen als ich gedacht habe denn das was wirklich ein herzensprojekt gewesen ich wollte schon immer meine eigene hörbuchreihe machen und tabby pratchett ist da perfekt weil er genau meinen humor trifft weil es ein unglaublich großartiger mensch ist unglaublich großartige bücher schreibt wenn eines der besten universen der welt erfunden hat die scheibenwelt meiner meinung nach die tollsten charakter zeichnet es ist unglaublich was er schafft auf seine humorvolle art und weise rüber zu bringen und trotzdem so ernste themen zu behandeln das ist ja immer wieder unglaublich und es treibt mir immer wieder gänsehaut über den ganzen körper wenn ich da seine sache lese aber wird nichts wird nicht weitergehen tut mir leid wurde alles auch schon gelöscht habt ihr vielleicht mitbekommen und wird auch jetzt in der nächsten zeit wahrscheinlich keine neuen videos erst mal geben ich muss mir erst mal schauen was ich vorlese denn ich kann jetzt nur noch den quasi gemma freien markt bedienen da gibt es relativ viele kostenlose fantasy bücher und ich möchte gerne in dem fantasy genre eigentlich bleiben weil das das genre ist wo ich zu hause bin ich lese halt auch sehr sehr gerne andere sachen weiß ich nicht klassische literatur oder dann weiß ich nicht so sachen wie thomas mann buddenbrucks finde ich persönlich zum lesen unglaublich großartig aber das vorzulesen ist ein projekt astronomischen ausmaßens ausmaßen so dass ich da mich erst mal durch diesen markt da durch arbeiten muss der kostenlosen sachen und da muss ich sagen dass die qualität leider echt oftmals wirklich wirklich nicht hoch und wenn du nicht gerade auf weiß ich nicht vampire erotik romane stehst dann hast du da wirklich schwere oder schlechte karten irgendwas zu finden mal schauen vielleicht finde ich ja irgendwas großartiges dann dass ich den kanal wieder aufleben bis dahin so leid es mir tut und so schwer es auch für mich ist wird erst mal nichts passieren falls das irgendwer von dem verlag sieht was zur hölle was zur hölle ernsthaft was zur hölle kann ich dazu glaube ich nicht sagen also ich kann den kopf schütteln und ich verstehe es nicht ich verstehe es wirklich nicht denn die qualität war gut das feedback war gut ist es nicht so dass irgendwer jetzt gesagt hat oh jetzt wollte ich mir gerade das buch kaufen aber jetzt wurde ich mir nicht mehr viel mehr so dass leute mir geschrieben haben jetzt habe ich bock ja wieder tellpötschitz zu lesen ich glaube ich jetzt mal gleich in meine buchhandlung also was soll der scheiß und das mal jetzt auf gut deutsch zu sagen so weg von dem thema bevor ich mich jetzt in rage rede ein paar kleine fragen noch beantworten und dann war es das eigentlich auch schon denn eigentlich habe ich auch kaum zeit und muss los und noch ganz viel erledigen ja eine frage die ein freund von mir an mich gestellt hatte und deren ursprung ein etwas ungünstig von von mir formulierter satz war war nämlich hey wie ist das eigentlich mit der musik die du nicht selbst gemacht hast für die leute die mein live stream nicht gesehen haben dort setze ich musik ein um ein bisschen den hintergrund so gut zu gestalten die atmosphäre ein bisschen nach vorne zu bringen die komponiere ich selbst und zwar zu 100 prozent ich habe in dem abspann des letzten live streams in dieser fragerunde wohl gesagt dass 90 prozent des soundes von mir wären seine frage war also wo sind die zehn prozent her die dann nicht von dir sind wie gesagt alles musikalische ist von mir selbst gemacht liebe gemma tut mir leid ihr könnt mich nicht verklagen sorry nächstes mal nein definitiv nicht die zehn prozent die ich da gemeint habe waren hintergrundgeräusche ich versuche viel selbst zu machen habe da auch meine meine requisiten auch schon mittlerweile hier alte klapprige holzstühle und und scharniere und und ketten und so mit denen ich rumrascheln und rum wackeln kann um geräusche herzustellen aber leider sowas wie windaufnahmen gewitter all die sachen wo halt wirklich gute mikrofone zu nötig sind kann ich leider nicht aufnehmen und deswegen benutze ich sound libraries die ich mir gekauft habe die aber auch alle komplett gemma befreit sind ja ich hoffe das beantwortet die frage zur nächsten frage und vor allem zur am häufigst gestellten frage wie zur hölle schaffst du es den sound in deinem stream so hin zu bekommen und warum klappt das bei mir nicht ich kann es euch nicht beantworten die lösung bei mir involviert zwei externe soundkarten zwei rechner drei bildschirme einen externen mixer und ich glaube acht oder 9 kabel so dass möglicherweise die version ich gewählt habe um das problem zu beheben nicht ganz eure ist hauptsächlich was ihr meinen vielleicht die die frage gestellt haben war dass wenn ihr einen hangout on air startet gibt es rechts oben in der ecke so ein kleines feld da könnt ihr eure einstellungen verändern unter anderem auch einen ein feld da steht sprachwiedergabe und da müsst ihr von sprachwiedergabe direkt auf studio gehen und dann könnt ihr wenn ihr da irgendwie eure soundkarte eure interne soundkarte genommen habt live musik streamen an alle leute die das benutzen wollen benutzt nicht gemma geschütztes material ansonsten werdet ihr abgemahnt euer youtube account könnte gelöscht werden und schlimmeres die gema neigt dazu gerade kleinst vergehen mit unglaublicher härte völlig übertriebenen maßnahmen ja zu mit repressionen zu überziehen das ist die gema die ist eh kacke meiner meinung nach okay das thema darf ich jetzt nicht so in den vordergrund legen aber ja also keine gemma geschütztes material benutzen ganz doll wichtig ansonsten gibt es ein großes problem zumindest da als ich den live stream gemacht habe das ist jetzt schon fast zwei monate her glaube ich habt ihr selber nichts gehört ihr streamt das zeug in wirklich guter qualität hört aber selber nichts davon das ist wirklich wirklich irritierend äußerst irritierend deswegen auch meine ganze verkabelung irgendwann hat es geklappt wenn ihr da wirklich fragen habt schreibt mich an nerdpol schreibt mich an auf youtube auf skype wo auch immer schreibt mich einfach an dann versuche ich euch irgendwie zu helfen gemeinsam schaffen wir das nicht gemeinsam schaffen wir das nicht schreibt mich an damit es auch dir beschissener geht gemeinsam schaffen wir das schon irgendwie wollte ich sagen ja dann gab es viele fragen natürlich wenn es weitergeht am 26 9 26 9 ansonsten kam auch noch eine frage auf youtube wie ich denke denke weiter fortzufahren das wird so sein indem es einfach eine folge nach der nächsten geben wird bis wir 90 sind und alt sind und und verschrumpelt dann könnt ihr unser ganzes leben anhand des dsa live streams mitverfolgen das ganze ist längerfristig geplant wie immer wenn ich irgendetwas tue fange ich an und sage naja machen wir mal einen 50 abende das ist super das heißt das ganze wird sich hoffentlich noch eine weile strecken und ich hoffe dass dann noch wirklich wirklich einige folgen daran gehängt werden und ich hoffe dass es dann noch eine zweite staffel gibt und dass das ganze ein bisschen größer wird und dementsprechend an all die leute die mir schreiben dass sie bei meinem live stream dabei sein möchten das freut mich wirklich aber ich kann erst mal keinen zweiten live stream machen das ist mir viel zu viel arbeit wenn überhaupt wenn ich mal sowas mache dann mache ich wirklich einen richtigen trash live stream so einen richtigen wählt euch mal die helden aus die am beschissensten finden und ich improvisiere vollkommen und das wird dann der impro heute geht die welt unter trash live stream der ist auf jeden fall auch schon in planung und da werde ich dann aber auch noch mal ein paar videos zu machen das ganze natürlich aber erstmal in zukunft ja aber erstmal an alle leute die da nicht in den live stream reingekommen sind es tut mir leid ja das wird erstmal nichts ich habe auch offline noch eine runde eine aktive runde und das kollidiert dann mit meinem leben und so weiter und so fort habe ich keine zeit zu es gibt eine ankündigung die ich jetzt tue die ihr die nächsten 15 jahre vergessen könnt und zu der ich dann irgendwann mal wieder was sage genauso wie der n guy könnte falsch rüber kommen ja ich versuche sein komplettes leben zu imitieren nein genauso wie der n guy sitze ich an einem buch schreibe fleißig an einem buch das ganze ist natürlich auch ein drama spielt im 18 jahrhundert und nein ist natürlich fantasy logischerweise das universum wird von mir selbst erschaffen ist ich sitze gerade zur zeit an einem geschichts buch dass das ganze universum so ein bisschen formen soll und werde das geschichts buch auf jeden fall veröffentlichen und hoffe dass leute wie zum beispiel hello readers tschuldigung ich habe mich gestern jetzt neu die videos mit schlechten scherzen für die guten müsste fünf euro bezahlen die werden dann hinten ran gehängt also leute vielleicht los haben ein ein rollenspiel daraus zu machen das wäre ganz schön episch ja sitze also an dem universum an dem geschichts buch werde das sind irgendwann veröffentlichen und ihr könnt damit logischerweise machen was ihr wollt das ganze läuft dann unter denen der creative commons lizenz wie alles was ich tue übrigens ich hatte auch mal die dsa musik den für den livestream die offizielle titelmusik hatte ich auch mal online gehauen auf soundcloud kann die da gedownloadet werden einfach mal auf das andere video von mir das heißt glaube ich ankündigung der titelmelodie oder so alles creative commons ihr könnt alles benutzen keiner kann euch was also ladet euch den scheiß runter verteilt den und so weiter und so fort ja das aber wie gesagt ist eine ankündigung die ist jetzt nicht sofort ich wollte es noch mal loswerden weil ich gerade dran sitze weil es unglaublich viel spaß macht weil ich mittlerweile ich glaube zwölf seiten kurzformat habe so eine stichsätze pro jahr so ein paar stichsätze was so passiert habe auch schon ein paar karten gezeichnet und so weiter und so fort da wird es dann irgendwann noch mal ein gesondertes video zu geben wenn ich das präsentiere dann bin ich aber auch stolz wie oscar und dann lege ich natürlich auch meine geschichte daran an alle leute die gerne bücher schreiben ihr könnt dann natürlich auch das universum benutzen wie großartig wäre es wenn dann wir zusammen auf dem nerdpol ein universum gestalten unser eigenes kleines universum gestalten ja das aber nur so als ganz ganz kleinen teaser wie gesagt dazu kommt dann noch mal mehr und das war dann auch schon eigentlich auch schon nach 19 minuten rum blubbern tausend versprechern aber ich habe keinen bock das schon wieder aufzunehmen also tut mir leid wenn ich mich da irgendwie manchmal ein bisschen komisch ausgedrückt habe es ist jetzt auch schon das dritte mal dass ich mich hinsetze ich bin da so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ganz zum schluss dieses videos das was mir am allerwichtigsten ist und das ist danke zu sagen danke für 1062 leute die den livestream gesehen haben für 60 oder 70 likes für den livestream danke für die kommentare für das ganze feedback für das feedback auf den trailer der jetzt schon irgendwie keine ahnung 50 views hat oder so und danke allen leuten die an dem nerdpol beteiligt sind und die da so fleißig schreiben an allen leuten die dabei sind die die community gerade mitform wir erschaffen hier gerade was großartiges und ich hoffe dass es einfach jedem bewusst dass wir gerade wirklich etwas großartiges erschaffen so eine richtig lebendige rollenspiel community erschaffen danke an alle die leute die tausendmal genannt werden an ngx und so weiter sorry an koali an umbry und an frank vogt an alle eloridas an the dan tip dennis schwarz an meine ganze rollenspielgruppe die einfach die beste rollen das war meine kerze sie brannte nicht schlimm irgendwer wasser wo war stehen geblieben danke danke an mal an die toll an eine der tollsten rollenspielgruppen der welt es ist der hammer danke dennis danke alucard danke sedente danke söhnke danke euch allen für diese unglaublich großartige zeit an alle leute die mir geschrieben haben auf youtube beim nerdpol und auf skype und so weiter und so fort ich habe bestimmt tausend leute vergessen und sie sind sauer und sie werden mich umbringen und meinen erstgebundenen sohn einfordern und so weiter und so fort danke für all das für die für das aufnehmen ich glaube ich wurde noch nie so positiv irgendwo aufgenommen wie in dieser in dieser community die wirklich großartig offenherzig ist und ich hoffe das verlieren wir nicht und ich hoffe dass das wirklich auch so bleibt dass kritik hier dass das konstruktive kritik gibt ich glaube wir sind die einzige community auf ganz youtube unter denen unter dessen videos da irgendwie konstruktive kritik herrscht also wo leute sagen hey das und das hat mir deswegen nicht gefallen großartig ja bis auf ich glaube genau zwei personen deren namen ich mal nicht nennen will gab es noch kein einzigen troll bei uns und so weiter und so fort ich glaube das ist einfach dass das was großartiges werden kann und dass da ein paar wirklich sympathische charaktere hier gerade was ich toll das auf die beine stellen danke an die ganzen leute die da ihre zeit auf opfern ach das musste auch noch mal irgendwie gesagt werden war jetzt wahrscheinlich ein bisschen wirr aufgrund dieser blöden kerze die ja einfach umfällt es fällt ja ein das ganze hause oder was sagst du da einfach egal ähm ja genau äh ich hoffe ich werde bald wieder ein bisschen häufiger zu sehen sein und ich werde da wieder ein bisschen regelmäßiger was machen jetzt wo ich wieder der internet habe um so ein bisschen ähm das ganze ja justiert habe ähm ansonsten ja freut euch auf den live stream freut euch mit mir und mit der ganzen gruppe dass es weitergeht und wir weiter unsinn bauen können und tavern anzünden können so das was wir halt tun wenn wir durch die gegend marschieren ähm bis dahin euch noch einen wunderschönen äh tag und äh bis bald ich sollte wirklich auf den ausknopf drücken aber das programm will nicht alles noch wegen dir du scheiße oops tschüss